Open up my nose! Open up my nose! Ich bin aus der Danila Bay in Hamburg. Unser Drink, den ich euch heute hergelegt habe, ist der Cosmopolitan in einer speziellen Variante. Dazu brauchen wir, weil er geshaped wird, einen Boston Shaker. Tintin. Und wir nehmen den Eisbüll. Dann nehmen wir als Zutaten einmal den Krawallkorn. 4cl. Dann brauchen wir 1cl Orangengikör. 1cl in dem Fall Remus Eel, ein Dimetalikör. Und dann nochmal 4cl Cranberry Juice. Das Ganze wird dann auf Eis kräftig geshaped. Das soll jetzt kalt sein. Wenn er beschlägt, heißt es kalt. Und das wird dann in eine vorgeführte Cocktailschale abgeseigt. Okay, first dann. Das ist normal quasi. Ein Strainer. Ja. Und ja, man kann dann noch ein Stück Limette zu stellen. Damit man den Flavor aus den ätherischen Ölen, oder damit sich der Flavor aus den ätherischen Ölen so oben auf den Drink drauf legt. Ich würde es auch sagen, mal ein flüssiger Ölen, oder damit sich der Flavor aus den dann mal einfach immer. Ich warte mal einfach. Ich warte mal ein Stück lang. Ich freue mich. Dass du wieder in der Suche und die andere Male. Wir sind auch unter den E 알�ertes 이용. Und dann habe ich ganz wichtig. Vielen Dank.